Der Schlaganfall ist eine lebensbedrohliche Herz-Kreislauf-Erkrankung. Experten zufolge könnten die meisten Fälle jedoch vermieden werden. Dabei sind einige Verhaltensweisen besonders wichtig, um einen Schlaganfall zu vermeiden. Wir verraten dir in diesem Video mit welchen 5 Tipps du deinen Schlaganfall vorbeugen kannst. Schau es dir daher unbedingt einmal bis zum Ende an. Die meisten Schlaganfälle könnten vermieden werden. Es gibt zwar nicht beeinflussbare Risikofaktoren wie genetische Veranlagung oder zunehmendes Alter, jedoch können viele der Risikofaktoren vermieden werden. Dazu zählen zum Beispiel Bluthochdruck, eine ungesunde Ernährung und Rauchen. Einige der Risikofaktoren können sich zudem gegenseitig beeinflussen. Was du unbedingt beachten solltest, wenn du keinen Schlaganfall bekommen möchtest, das verraten wir dir jetzt. Nummer 1. Ernähre dich gesund Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen und Nährstoffen ist, ist das A und O für einen gesunden Körper. Eine gesunde Ernährung kann dir dabei helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Ungesunde, stark verarbeitete Lebensmittel wie Fastfood solltest du meiden, da so die Gefäße geschützt werden und deine Arteriesklerose vorgebeugt wird, die wiederum das Risiko für einen Schlaganfall hebt. Nummer 2. Vermeide Stress Dir meisten Menschen ist bewusst, dass Stress ungesund für uns und unseren Körper ist. Doch wusstest du, dass Stress auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen kann? Natürlich lässt sich ein gewisser Stresspegel im Alltag und Berufsleben nicht komplett vermeiden. Jedoch solltest du diesen möglichst gering halten. Dauerstress kann zu Bluthochdruck führen, der wiederum ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Nummer 3. Nehme ab Ein paar Kilos zu viel auf der Waage sind im Grunde kein Problem. Wenn du jedoch stark unter Übergewicht leidest, solltest du dringend abnehmen, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie einen Schlaganfall vorzubeugen. Wer übergewichtig ist, der neigt eher zu Bluthochdruck, der wiederum einen Schlaganfall begünstigen kann. Das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, ist bei Übergewicht um das 2- bis 3-fache höher. Außerdem leiden stark übergewichtige Menschen oft unter Arteriosklerose, die ebenso Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen kann. Nummer 4. Vermeide Nikotin und Alkohol Wenn du rauchst und regelmäßig größere Mengen Alkohol trinkst, kann das dein Schlaganfall-Risiko enorm steigern. Studien haben ergeben, dass Rauchen dieses Risiko um das 2- bis 4-fache erhöht. Das Nikotin kann eine schlechte Durchblutung der Gefäße verursachen und einen steigenden Blutdruck hervorrufen. Auch Alkohol kann verschiedene Schäden im Körper anrichten und Krankheiten wie einen Schlaganfall begünstigen. Und Nummer 5. Treibe Sport Bewegung und Sport gehören neben einer gesunden Ernährung zu den wichtigsten Maßnahmen, um den meisten Krankheiten vorzubeugen. Unter anderem schützt Sport vor einer Arterienverkalkung. Auch Übergewicht wird auf diesem Weg verhindert und du solltest dich pro Woche für jeweils eine halbe Stunde bewegen. Dies kann schon ein schneller Spaziergang sein. Oder noch besser Sportarten wie Radfahren oder Joggen. Baue auch vermehrt Bewegungen in deinen Alltag ein, besonders wenn du beruflich viel sitzt. Jetzt weißt du, wie du einen Schlaganfall vorbeugen kannst. Setze diese Dinge um, um dir den Schlaganfall vom Leib zu halten. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.